Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Video zur Minecraft Snapshot Version 12W50A. In der neuesten Minecraft Version gibt es wieder ein paar kleinere Neuerungen. Die erste davon ist, dass wenn ihr hier unten in eurer Toolbar über die Objekte drüber fahrt, wird jetzt der jeweilige Objektname immer angezeigt, also Gunpowder, Paper und so weiter. Ja, kleine Neuerungen. Außerdem werden Objekte, die ihr wegwerft, jetzt auch 3D angezeigt. Das heißt, es sind nicht nur die platten Texturen, sondern das Objekt wird als 3D-Objekt angezeigt. Finde ich eigentlich ganz cool. Sieht besser aus als vorher. Und ja, eine kleine Neuerung. Außerdem werden jetzt auch bei den weggeworfenen Objekten oder bei Allgemeinobjekten, die auf dem Boden liegen, Verzauberungen angezeigt. Kann ich euch mal schnell zeigen. Mit einem Enchanted Book, und zwar mit einem Enchanted Book, das neu ist, nämlich Thorns 3. Da verzaubern wir jetzt mal schnell unsere Rüstung hier. Was genau der Thorns Zauber bringt, weiß ich leider noch nicht. Sobald ich das in Erfahrung gebracht habe... Ähm, was will ich mit einer... Äh, hier Anvil will ich. Ähm, sobald ich weiß, was der Zauber bringt, schreibe ich das jetzt ins Video. Ähm, genau. Damit ihr das auch wisst, konnte ich bisher, wie gesagt, leider nicht in Erfahrung bringen. Das heißt, hier dieser, äh, diese Rüstung leuchtet ja jetzt so, und wenn ihr die jetzt wegwerft als 3D-Objekt, leuchtet die dann immer noch. Ähm, ja, also auch ein kleiner Effekt, der noch hinzugefügt wurde. Genau, was gibt es da noch für Neuerungen? Ähm, Raketen gibt es ja auch seit dem letzten Update, und die wurden jetzt auch mit Sounds versorgt. Das heißt, Raketen hören sich jetzt so an. Genau, also einfach, dass sich das auch wie ein Feuerwerk anhört. Eigentlich auch eine ganz coole Neuerung. Außerdem könnt ihr jetzt verzauberte Bücher finden, ähm, indem ihr in Dungeons diese Kisten öffnet. Da gibt es die jetzt drin, oder ihr könnt sie auch von Dorfbewohnern kaufen teilweise. Ähm, ob man die auch in den Kisten vom Schmied oder in Kisten in Dörfern findet, weiß ich nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall kann man die jetzt auch in der Welt finden. Genau, ähm, ansonsten war es das eigentlich schon von den größeren Neuerungen. Es gibt wieder eine ganze Reihe an Packfixes, die aber alle nicht groß spektakulär sind. Wenn euch das interessiert, könnt ihr die unten in der Beschreibung vom Video nachlesen. Ähm, eine kleine Neuerung gibt es vielleicht noch für User, die ältere Java-Versionen verwenden. Die kriegen jetzt eine Warnung angezeigt, wenn sie Minecraft starten, dass sie doch bitte auf eine neuere Java-Version updaten sollen. Ja, ähm, das war es soweit vom Snapshot. Eine Pre-Release-Version vom Update 1.4.6 soll nächsten Montag erscheinen. Und das Update, das die Feuerwerke und die 3D-Items, also die Änderungen bis jetzt beinhaltet, also das Update 1.4.6, soll dann noch vor Weihnachten live gehen. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das noch was wird. Und, wie gesagt, die, ähm, Version 1.5 wird dann, wie geplant, erst im Januar, Februar erscheinen und 1.4.6 mit Feuerwerk noch vor Weihnachten. Ja, ähm, das war es soweit von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zu meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao! Ciao!